Hallihallo Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zum Muu Simulator 2015. Nein, Spaß beiseite bei Cities Skylines natürlich. Und ja, gleich am Anfang mal einen herzlichen Dank an den Strike für seinen fast schon, ja ich würde schon sagen, Aufsatz an Tipps. Ich werde natürlich versuchen, mich daran zu halten, beziehungsweise die Tipps umzusetzen. Auch wenn es, denke ich mal, ein paar Folgen dauern wird. So, und zum Ersten, ähm, genau, ich glaube, das ist bei dir Tipp 3 oder sowas, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und zwar, genau, das habe ich fast schon befürchtet, dass diese ganzen sechsspurigen Straßen eigentlich eher hinderlich sind in den ganzen Ampeln. Das habe ich ja auch im Stream, ich glaube bei der ersten Streamingstart genau, auch schon gesagt, dass ich den Tipp vom Zwerg bekommen habe, nur so normale Straßen zu bauen. Und ich denke, ich werde das jetzt wieder umändern, weil diese ganzen Ampeln, vor allem bei diesen ganzen Straßen mit den vielen Kreuzungen und so, echt eher hinderlich sind. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich mehr Probleme haben, als wie Vorteile. Darum ändere ich das jetzt schnell wieder. So. Müsste relativ easy gehen. So, ich glaube, das habe ich jetzt sogar. Gut, so, wir haben wieder einiges zu tun. Und die Planung ruft vor allem. Wir müssen gerade mal gucken, wegen wieder, wegen dem Verkehr. Und zwar werde ich, glaube ich, nochmal ein paar alte Stellen bauen. Beziehungsweise, wir können doch jetzt U-Bahn-Stationen machen. Habe ich jetzt eigentlich schon festgelegt, dass der Nahverkehr kostenlos wird? Nein. Okay, das mache ich jetzt gleich mal. So, dann hoffe ich nämlich, dass sie das bald mal ausnützen. Und dann werde ich jetzt gleich mal einen Tunnel bauen. So, wo fangen wir denn da am schlechtersten an? Am besten irgendwo mitten im Stadtkern wäre eigentlich am besten. Oder etwas außerhalb. Hm. Vielleicht irgendwie so am Stadtrand. Hier zum Beispiel. Und. Dann nochmal irgendwo bei Mölkshaven. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hier. Obwohl, nee, ich will es eigentlich eher so am Rand bauen. Das wäre schön. Nicht, oh. Naja, das geht wohl nicht. Wir haben kein Geld. Aber das wäre ganz gut, wenn wir hier eigentlich die U-Bahn-Stationen bauen. Weil dann können wir... Nein, wäre es gar nicht. Schmarrn. Das wäre totaler Unsinn. Weil dann kriege ich ja hier schon wieder noch zusätzlichen Verkehr auf die Straßen. Nein, nein, nein. Das ist keine gute Idee. Okay, aber als erstes brauche ich mal die 15.000 Geld. Geld. 15.000 Geld. Jetzt schaut es schon wieder extrem aus. Obwohl, eigentlich... Ja, hier ist es echt hart. Das ist dieses ganze Industriegebiet, das hier so hart, ähm... Den Verkehr belastet. Was können wir denn da machen? Wir könnten... Wo fahren die denn hin? Die fahren da raus. Wieso nehmen die eigentlich nicht einen anderen Weg? Wieso fahren die nicht außenrum zum Beispiel? Oder wir könnten den ganzen Verkehr natürlich hier runterleiten. Das wäre auch noch eine Idee. Hm. Moment, wir können ja noch was kaufen, glaube ich. Ich glaube, ich kaufe jetzt... Eigentlich wollte ich ja das kaufen. Wegen dem Staudamm. Hm. Hm. Nein, nein, nein. Ich mache das anders. Moment. Ich versuche jetzt was. Ich werde hier eine Straße runterziehen. Kann ich die eigentlich direkt da durchziehen? Nee, das wäre irgendwie... Nein, das wäre komisch. Das würde mir auch gar nicht gefallen. Moment. Moment. Ich werde jetzt hier eine eigene Straße... ...bauen für den Industrieverkehr. Mal sehen, ob das funktioniert. Kann ich das hier draufleiten? Oh, das stört jetzt gerade echt ein bisschen komisch aus. Moment. Ich werde hier mal noch ein bisschen auflösen. So. Äh. Die Straße will ich. So, mal gucken. Ob die das ausnutzen. Hm. Weil... Wow, das ist echt extrem. Das ist nicht mehr schön. Oha, und das wird immer schlimmer. Da müssen wir irgendwas machen. Okay. Es wird zumindest zum Teil genützt. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich baue nochmal eine Straße hier mitten durch. Oder hier. Irgendwo in der Mitte durch. Oh, da bräuchte ich eine gerade Straße. Was? Kaufen sie neues Land? Nein, nein, nein. Ich will jetzt kein neues Land bauen. Äh, kaufen. Es wäre sowieso hier sinnvoll, noch ein paar Zwischenstraßen reinzubauen. Glaube ich gar keine schlechte Idee. Äh, wie jetzt? Die fahren da rauf. Okay, Moment. Ich mache da eine Einbahnstraße draus. Ich will nämlich nur, dass die hier runterfahren. Und dann auf die Autobahn runter, sozusagen. So, geht das jetzt in die richtige Richtung? Ja, perfekt. So, wir könnten hier nochmal ein paar Gebäude freigeben. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal ein paar Bürogebäude. Lasst uns schon ein bisschen anmalen. So, und ich habe auch noch genau den Tipp bekommen. Den habe ich sehr begrüßt. Und zwar kann man Gebäude einfach verschieben. Bevor man sie abreißt. Also, das heißt, wenn ich jetzt Straßen irgendwie verändern will. Und da irgendein Gebäude im Weg ist, dann kann ich das einfach umbauen. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Das Gebäude ist abgebrannt. Okay. Oh, wir haben jetzt genug Geld für die U-Bahn-Station. Für die zweite. So, und die wollte ich jetzt ganz sicher nicht hier hin bauen. Die baue ich dann einfach auf die andere Seite. Besten irgendwo, wo noch nicht so viele Gebäude rumstehen. Da zum Beispiel. So, da müssen wir jetzt nur noch ein paar U-Bahn-Tunnel ziehen. Wo ist denn die Station? Da. Oh. Hm. Da hilft dir natürlich alles nichts, wenn du nicht genug Geld hast für diesen doofen U-Bahn-Tunnel. Hm, hm, hm. Okay, das müssen wir gleich drin haben. Wir haben ein Einkommen von... Oha. Und bei uns ziehen ja richtig viele Leute ein. Das ist ja richtig krass. So. Erste. Erster Tunnel wird gebaut. So, und dann baue ich direkt nochmal eine U-Bahn-Station irgendwo anders hin. Obwohl. Ne, lassen wir es erstmal bei den beiden. Gut. Was haben wir denn geil? Wir haben ein Verlangen, eine Nachfrage nach Gewerbegebieten. Oh, und wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser. Da brauchen wir Wasser. So, perfekt. Wie schaust du mit dem Verkehr aus? Immer noch katastrophal. Warum wir da nochmal eine Straße ab? Ja, die kommen halt alle hier runter, durch den Kreisverkehr. Hier oben ist halt auch nichts. Ich frage mich nicht, warum die nicht außenrum hier fahren? Und da. Wartet mal. Ich mache jetzt nochmal eine Straße runter. Ich versuche das nochmal. Äh, notfalls kann ich da einfach wieder abreißen. Und zwar. Man soll zwar eigentlich nur maximal vier solch eine Ausbauten hier haben. Äh, beziehungsweise Ausfahrten. Aber ich bin jetzt einfach bereit, das auszuprobieren. Und zwar, ob ich da den Verkehr umleiten kann. Zum Industriegebiet. Und es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Minimal zumindest. Es gibt es ja nicht. Vorher kommen die ganzen... Ach, da kommen wieder die ganzen Busse. Das ist Müllberger. Wir haben immer noch ein Müllproblem. Ah, ungünstig. Da oben haben wir so ein Müllproblem. Ah. Äh, ich baue jetzt einfach erstmal den zweiten U-Bahn-Tunnel fertig. Bevor wir hier irgendwas anderes unternehmen. So, dann werden wir mal die erste Linie ziehen. Neue Linie hinzufügen. Halte Stelle. Und... Wow. Ich sehe nichts. Linie abschließen. Perfekt. Große andere Möglichkeiten haben wir ja momentan nicht. Weil zu jedem U-Bahn-Tunnel gehört normal eigentlich eine U-Bahn-Station. Das ist ja nicht so wie bei einem Bus. Depot. Gut. Was ist denn hier los? Ah, nee. Gut. Wie schaut es hier mit dem Verkehr aus? Meine Katze wurde gerade von einem Rauchmelder gerettet. Danke, Feuerwehr. Ach, kein Problem. Stimmt. Wir haben ja Rauchmelder und wir haben inzwischen auch kostenlosen Nahverkehr. Ich hoffe, der wird ausgenutzt. Die U-Bahn-Tunnel müssten das Ganze auch nochmal ein bisschen auslasten. Hoffe ich zumindest. Da zählt ja zu diesen roten Anzeigen zählt anscheinend nicht nur der Busverkehr. Äh, der Straßenverkehr, sondern auch wirklich die Fußgänger. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Sprich, hier sind total viele Fußgänger unterwegs. Ja, okay. Das sieht man wirklich. Oha, ist das krass. Hm, wie schaut es eigentlich mit dem Strom gerade aus? Gleich mal nur mal nachschauen. Oh, wir brauchen unbedingt bald auch wieder neuen Strom. Gut. Wisst ihr was? Ich werde mir jetzt hier mal ein neues Gebiet gönnen. Und da mal schauen, ob das sich lohnt, da einen Staudamm zu bauen. Wie zumindest... Äh, nee. Moment, wie ist denn hier die Strömung? Die Strömung ist eigentlich relativ stark. Ja gut. Das heißt, es wird sich lohnen. Ich werde das aber ein bisschen außerhalb bauen. Obwohl, ich kann es ja... Ah, Moment, Moment, Moment. Strom, Strom, Strom. Staudamm. Staudamm, Staudamm, da. Wenn ich jetzt hier einen Staudamm bauen würde, hätte ich schon mal erst mal kein Geld. Oha, wenn ich das mache, dann 0 Megawatt. Da hätte ich 32 Megawatt. Da 48. Würde aber auch 66.000 kosten. Ich schaue mal gerade wegen dem Wasserstand nicht, dass hier alles überflutet wird. Aber das wird gerade sowieso ein bisschen... Ja, okay. Wir hätten, glaube ich, genug... Ich glaube, der Wasserstand wäre niedrig genug dafür, um da jetzt was abzuzwacken. Beziehungsweise was zu stauen. Wir brauchen trotzdem Geld. So funktioniert das nicht. Was ist denn hier los? Moment. Schaut es nicht mit dem Gesundheitssystem aus? Gar nicht gut. Krematorium. Eine Arztpraxis. Oder eine Klinik. Moment mal. Hä? Klinik? Kostet 10.000. Das ist eine Arztpraxis. Das ist ein Hospital. Dann brauche ich doch jetzt mal eine Klinik. Moment. Die kostet vor allem nicht so viel. Wow. Und der Einflussbereich ist ja riesig. So. Gesundheit. Oh. Unser Gesundheitssystem ist nämlich richtig, richtig schlecht. Will ich jetzt mal milde ausgedrückt darstellen. Friedhof haben wir genug, glaube ich. Moment. Da kann ich gleich mal schauen. Kapazität. Okay. Schaut gut aus. Vielleicht ein neues Krematorium. Neben dem anderen Friedhof zum Beispiel. Erik, glaube ich, sinnvoll eingesetzt. Ja. Schaut gut aus. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Es wird doch. Es wird doch. Nur der Müll ist immer noch ein Problem. Äh. Kann man da auch noch was machen? Recycling haben wir schon. Rauchverbot. Muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Da ist das jedem selbst überlassen. Ich persönlich bin zwar jetzt kein Raucher, aber das soll ja jeder selber machen. Soll jeder selber entscheiden. Und da schaut's mit dem Verkehr immer noch bescheiden aus. Hm. Hm. Kann ich denn da noch machen? Ich glaube, ich muss hier echt mehr Ausfahrten bauen. Damit sich der Verkehr weiter aufteilt. Also wird das einfach nix. Die fahren halt alle hier lang. Wartet mal. Wo fahren die jetzt lang? Die fahren hier. Ah. Das ist auch so ein doofer Punkt. Das ist gar kein guter Punkt. Wartet mal. Verkehr. Hm. 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 Das staut sich hier schon. Und die fahren dann alle da lang. Und dann fahren sie da rauf. Warum fahren die überhaupt da rauf? Warum verschwindet dann hier auf einmal alles? Hm. Wo müssen die überhaupt hin? Das ist ja nicht. Waren die hier alle hin? Die kommen hier alle runter. Aber da kommen auch alle möglichen Leute rauf. Waren die alle zur Arbeit? Wartet mal. Ich baue hier jetzt noch meine zusätzliche Straße ab. Ich muss das halt alles ein bisschen rausfinden. Beziehungsweise ein bisschen rumprobieren. Probieren geht bekanntlich über studieren. Wow. Und wir brauchen mehr Industriegebiet. Aber das können wir gleich machen. Äh ne. Moment. Hier ist Gewerbegebiet. Gewerbegebiet brauchen wir auch. Da können wir eigentlich gleich mal mit dem Industriegebiet weiter bauen. Kaufen sie neues Land? Was schon wieder? Nein. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, wenn wir so ein großes Gewerbe, äh, Industriegebiet auf einem Haufen bauen. Vielleicht sollten wir... Hey was? Da ist kein Strom. Au. Au. Okay. Wir brauchen einen Staudamm. Wir brauchen dringend einen Staudamm. Ja. Null Megawatt. Nee. Moment. Da war doch irgendwo 48. Irgendwo hier war 48. 16. 16. 48. Let's do it. Okay. Dann kann ich jetzt nämlich gleich nochmal eine zusätzliche Stra... Hey Moment mal. Wieso ist hier kein Wohngeb... Hier ist kein Wohngebiet freigegeben. Äh. Nein. So. Okay. Wohngebiete. So. Dann bauen wir hier noch eine zusätzliche Straße. Aber die bauen wir... Direkt... Da runter. Moment. Äh. Was brauche ich eigentlich für eine Straße? So. Total schräg. Moment. Ich kann hier... Herzlichen Glückwunsch. Große Stadt. Wir haben 18.000 Einwohner. Das ging jetzt echt schnell. 174 sind immer noch am Zuwandern. Ich glaube, dann wird jetzt dann bald die Arbeitslosigkeit steigen. Vermutlich zumindest. Da könnte ich jetzt nochmal versuchen, eine Autobahnausfahrt zu bauen. Äh. Oder nicht. Warum nicht? Äh. Da kann ich hier keine Autobahnausfahrt bauen. Ich will das. So. Oha. Ähm. Ich könnte... Moment. Die kommen alle von hier. Wenn ich jetzt hier noch eine Ausfahrt... Ne. Da habe ich ja schon eine Ausfahrt abgebaut. Stimmt. Warum fahren die denn nicht hier lang? Wo müssen die überhaupt hin? Neue Gebäude. Was? Okay. Brauchen wir jetzt aber nicht dringend eigentlich. Ich wollte jetzt eigentlich eher schauen, wie es mit dem Staunen so ausschaut. Es schaut noch gut aus. Da tut sich nichts. Ähm. Da habe ich jetzt eine normale Straße. Genau. Da habe ich eine Einbahnstraße. Äh. Keine Einbahnstraße. Schmarrn. So. Und da werde ich jetzt die Straße... Äh. Moment. Ich habe hier schon wieder vergessen, Wohngebiete freizugeben. Dann werde ich die Straße hier ganz nach oben verlegen. Äh. Oh. 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 Ich wollte jetzt eigentlich keine Schieferstraße. Obwohl ich könnte eine Schräge benutzen. So kann ich das machen. Und da brauche ich noch eine Gerade. Und die geht dann da lang. Und wir haben schon wieder keinen Strom. Nicht so gut. Obwohl wir jetzt eigentlich doch total viel neuen Strom haben müssten. 48 Megawatt. Hm. Ist natürlich doof, wenn das nicht am Stromnetz angeschlossen ist. Glaubt. Moment. Muss ich das extra anschließen. Moment. Okay. Ja. Das muss ich eindeutig anschließen. Das ist jetzt nämlich schon krass gestiegen gerade. Jetzt haben wir 303 Megawatt zur Verfügung. Sehr gut. Okay. Äh. Verkehr. Ach du Scheibenkleister. Ach du Scheibenkleister. Es gibt's ja nicht. Hier. Ich muss irgendwas tun. Ich muss irgendwas machen. Hm. Das ist wortwörtlich ein Stau. Das doofe ist natürlich, dass die Ausfahrt hier auch da reingeht. Das heißt, wenn ich jetzt die Ausfahrt wegschmeiße, weg rausreiße, dann müsste das hier lang gehen. Genau. Oder da lang. Okay. Das hilft aber auch nicht weiter. Vielleicht benutzen die ja doch jetzt irgendwann mal die Ausfahrt hier. Aber es ist auf jeden Fall Unsinn, wenn da hier schon Stau ist, dann nochmal eine Autobahnausfahrt hier reinzusetzen. Das ist echt Unsinn gerade gewesen. Ah. Gut. Wie machen wir das? Wo wollen die hier überhaupt alle hin? Das ist echt dieser Kreis, der hier. Ah. Das sind echt so Industrie. Schau dir das mal an. Das sind alles diese ganzen Industriefahrzeuge. Kommen die von da? Nein. Das ist ja das ganz normale Industriegebiet. Hm. Mich wundert es halt, dass hier alles rot ist und dann auf einmal löst sich die ganze Sache irgendwie ein Wohlgefallen auf. Und hier ist es auch ungünstig. Da fahren die alle... Ist das alles das Bus Depot? Oh. Kann ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, da gehen echt viele Linien gehen. Ja, seht euch das mal an. Hier gehen richtig viele Linien darauf. Da müssen wir vielleicht wirklich welche auflösen. Da sind nämlich auch so viele Linien. Wartet mal. Wo ist denn der Bus Depot eigentlich? Der Bus Depot ist da? Okay. Ich werde jetzt mal die ein oder andere Linie wirklich auflösen. Neue Linien zufügen? Nein. Kann ich die einfach durch Rechtsklick auflösen? Wartet mal. Hier geht's... Ah ja. Die gehen hier alle nämlich da rauf. Haltestelle zum Verlegen ziehen? Nein. Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen? Nein. Will ich auch nicht? Wow. Und hier ist es ja auch schräg. Warum gehen die hier so zickzack durch? Ich will die auflösen. Wartet mal. Kann ich aber nicht mit dem Planierdings hier. Nein. Das wäre Unsinn. Ich würde das nämlich das Ganze gerne... Warte mal. Kann ich das hier irgendwo hinziehen? Nein. Ich will es nicht da hinziehen. Ich würde das Ganze irgendwie ein bisschen umleiten. Und sei es nur hier hin oder hier hin. Okay. Das ist jetzt eine Linie weniger. Und da ist immer noch... Genau. Diese eine Linie bringt einem auch noch irgendwie so ein bisschen Kopfzerbrechen. Die könnten wir auch... Nein. Die würde ich eigentlich ganz woanders hinziehen. Hm. Ne. Dann geht es auch wieder da lang. Das ist nicht gut. Aber wir müssen unbedingt von der Brücke noch eine Linie abziehen. Zum Beispiel in den Kreisel lenken. So. Mal gucken. Und wir bauen jetzt nochmal... Ich weiß gar nicht. Äh. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Wie man... die Buslinien eigentlich auflösen kann. Linie zum... In der Haltestelle... Bla bla bla. Neue Linie. Da kann ich die einfach wegziehen. Oder ich kann natürlich den Bastipo gleich zerstören. Das wäre aber auch brutal. Warte mal. Wie schaut es denn jetzt mit dem Verkehr aus? Aha. Aha. Schau ich es mal an. Die Brücke ist jetzt nicht mehr so krass belastet. Okay. Ich baue jetzt mal noch ein paar U-Bahn-Stationen. Irgendwie sind mir die U-Bahn-Stationen sympathisch. Ähm. Vielleicht nicht unbedingt hier hin. Sondern... Da irgendwo rein. Moment. Da hier. Lieber da irgendwo rein. Weil hier ist gerade sowieso wieder so viel los. So. Dann bauen wir noch ein Tünnelchen. Da hin. Und... Den ziehen wir jetzt... Gehen wir den ganz runter? Nein. Äh. Wir könnten nochmal hier eine U-Bahn-Stationen reinbauen. So. Dann baue ich nämlich jetzt noch einen Tunnel da hin. Und von da werden wir nochmal einen Tunnel in den Haupttunnel legen. Oder runter? Ne. Lieber in den Haupttunnel. Vor allem ist es auch billiger. Gut. Und dann brauchen wir eine neue Station. Wir müssen erstmal neue Linien hinzufügen. Halte Stelle. Halte Stelle. Und... Linie abschließen. So. Und dann machen wir hier... Äh. Nein. Nicht Halte Stelle. Neue Linie hinzufügen. Und die geht dann da runter. Halte Stelle hinzufügen. Und... Dann schließe ich glaube ich die Linie auch schon ab. Dann kann man nämlich ja dann ganz runter. Perfekt. So. Mal sehen ob das das Ganze entlastet. Verdammt. Hier sind immer noch so viele Busse unterwegs. Nur... Oh. Und da ist jetzt auch so viel los. Ich glaube ich muss echt den Busdepot irgendwie zerstören. Ich weiß nicht ob das Sinn macht. Und das Ganze sozusagen in die U-Bahn-Tunnel verlegen. Aber die U-Bahnen sind ja dann auch irgendwann mal entlastet. Aber ich würde sagen, ähm... Da diskutieren wir, beziehungsweise bauen wir weiter in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.